Ja, das war es auch für diese Raw-Ausgabe. Bei WCM and the Nitro habe ich kein Match. Ich könnte ja mal was unterbrechen. Obwohl ich habe so oder so schon genug Matches. Evan Bourne gewinnt gegen Santino Marella, das war klar. Mason Ryan gewinnt gegen Zack Ryder. Triple H gewinnt gegen Yoshitatsu und Tati Biasi. Irgendwie war das klar. Ryo Najimaru, er ist da. Juhu. Sein erstes Match in der zweiten Season. So, der Undertaker gewinnt gegen Danny Boy Bryan. Bukati gewinnt gegen Cody Rhodes. Randy Orton gewinnt gegen Wade Barrett. Eigentlich müsste dann, ja, bisher immer die linke Seite gewinnen. Das heißt, Drew McIntyre müsste gewinnen. Drew McIntyre ist ja auch noch Champion. Oh, wenn das Ryo gewinnt, wäre das natürlich ein Prestige-Erfolg in Sachen, hallo, ich bin hier, ich möchte ein Titel-Match. Warum auch eigentlich nicht? Dann hätte endlich einer meiner Selbst-Erstellten mal einen Titel. Hm, hm. Das wäre mal was. Wenn die Selbst-Erstellten endlich mal Titel bekommen würden. Egal, vielleicht, vielleicht verliert ja auch Ryo Najimaru, kann ja alles passieren. Gut, ab und an hat er echt durch Luck gewonnen. Zum Beispiel gegen Ricky Steamboat, da kam der Überraschungseinroller, der zum Sieg geholfen hat. Wie, Drew McIntyre hat keinen Bock? Wen holt Aids? Hoffentlich nicht Youngblood. Mason Rye. Na, toll. Drew McIntyre. Du bist bei der Welt schwer gewesen, Champion. Wenn das dein Titel ist. Aber du bist auch gleichzeitig eine feige Mistbade. Zumindest hier im Spiel. Super. Ein Techniker gegen Mason Rye. Und Mason Rye ist ein Muskelpaket. Und Ryo hat Probleme mit Muskelpaketen. Wie zum Beispiel, äh, erste Season. Nach dem Glückssieg gegen Ricky Steamboat. Kam ja Arn Anderson. Also, er musste zumindest gegen Arn Anderson. Und der hat mit der Reihe nach platt gemacht. Wer weiß. Ich glaube nicht, dass der sich hier auf dem Malediven ausgeruht hat oder so. Er hat schon beim Gehnen nicht trainiert. Und wenn er wieder da ist, weiß ich, vielleicht kommt ja demnächst auch Sanchez. Oder er ist auch Pio wieder zurück. Das wäre schön. Das wäre sogar sehr, sehr schön. Was denn jetzt? Wie? Der Mason Rye hat keinen Bock mehr. Dann geh doch. Wäre ein Ausziehersieg für mich? Ja, ich jubel jetzt einfach. Soll er doch ausgezählt werden? Und nix da. Du kommst zurück, mein muskulöser Freund. Und wenn wir uns hier oben rumprügeln. Obwohl, nachher verliere ich noch. Ich hätte mal auszählen lassen sollen. Oh, ein Kraftakt. Oh, er ist schon bei sechs. Sieben. Ah, er kommt sogar freiwillig hinterher. Na, kommt er? Nein! Ich war doch draußen! Ich war doch noch... Oder war ich nicht? Hier ist euer Winner! Ich war der Auffassung, ich war doch... Ja, ist klar. Er ist jetzt stinkig auf den Ringrichter. Ist ja auch egal. Er freut sich. Ich weiß nicht. Ja. Er freut sich. Er hat ihn eigentlich fair und ehrlich besiegen. Ist er extra zum Schluss nochmal ausgegangen. Und noch eine wichtige Info. Noch zwei Wochen. Dann ist die allererste Großveranstaltung. Die allererste. Ich gucke mal auf den Terminplan. Ja, es ist der erste. Noch vier normale Fun. Ja gut. Smackdown ist vorbei. Noch Match des... Ach, du Kacke. Okay. Aber MLG ist bei Smackdown! Oder nicht? Oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Ging's Gott und das Alien. Ein Tag Team Match. Haben wir hier noch Kalimba, Gigantolf, Sigler mit Eve. Und Seamus gegen Youngblood. Nicht Youngluck. Schön wär's. Mit Drewie McIntyre. Na, starten wir nochmal in das Tag Team Match. Hm, wen nehme ich? Ich habe zweimal MLG genommen und einmal Scott Bone im Handicap Match. Ja, der Fairness halber würde ich jetzt mal sagen. Noch einmal Scott Bone und danach, falls sie bei mir aufeinandertreffen, wieder MLG. So. So sieht der Plan aus. Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber was hat MLG eigentlich mit William... Oh, nein! Okay. Jetzt kloppen sie schon vorher aufeinander. Aber lassen wir noch einmal die bösen Buben gewinnen und danach... ...mit der strahlende Held wieder... ...könnt natürlich auch mal das Alien nehmen. Auch schon lange nicht mehr mitgespielt. So. Well, the match has started, King. But this team has just suffered a vicious assault. Ja, ich bin nicht sicher, dass sie auf diesen Attacken kommen werden können. William? Glaubst du ja nicht? Alpha. Oh mein Gott, hast du diese Hände gesehen? Das böse Alien, das. Da gibt es halt erstmal eine... ...übliche Keilerei. Ja, der Kommentator da, der Ingame-Kommentator hat da recht. Es kommt ja noch ein Main-Event... ...den ich schon wieder vergessen habe. Ach ja, stimmt. Ich glaube, mit Youngblood... ...etc. pp. Mal gucken, wie sich das Alien gegen MLG schlägt. Scott hatte ja seine... ...redselige Mühe mit ihm. Gut, dass das Alien jetzt nochmal den Spruch bringt... ...ich komme in Frieden, das glaubt ihm kein Mensch mehr. Und ich glaube, ein Alien... ...ein anderes... ...glaubt es ihm auch nicht. ...whip-in von MLG in die Ecke von... ...William-Riegel und... ...der Tag ist erfolgt. Und das will ich sehen, dass... ...William-Riegel sowas... ...heutzutage hinbekommt. Naja, ist ja auch... ...egal. Okay, Frau William-Riegel verkauft sich hier schon mal... ...gar nicht mal so schlecht. Gut, er hat von allen im Ring die meiste Erfahrung. Gucken, ob ihm die Erfahrung hier... ...irgendwas bringt... ...oder... ...ob die... ...Jugendhaftigkeit der anderen... ...wo beim Alien weiß man ja nie, wie alt es ist... ...und genau wie bei Scott... ...heißt es nicht, wann er geboren ist... ...sondern wann er gestorben ist. Oh, das Alien auf dem Seil... ...Elbo-Drop, der sitzt. DVD-Rennende Art und Weise und... ...wieder High-Flying-Action... ...will er jetzt etwa alle vier... ...Ecken abkrasen. Nein, jetzt herrnert er erstmal... ...den Kopf auf die Matte... ...des... ...Engländers. Wie, hab ich nur Fäden gegen Europäer? Ja, fast nur Fäden. Langblatt gegen einen Iren. Jetzt hier William-Riegel auch noch. Ja, das geht daneben, das war klar. MLG, hervorragender Techniker und High-Flyer. Er bekommt aber einen DDT ab. Ja, William-Riegel greift ins Leere. Das Alien auch so... ...halbwegs... ...Whip-In. Nein, diesmal gibt es... ...kein... ...oder doch... ...oder nicht doch. Es gibt wieder das... ...Double-Team. Ja, die beiden arbeiten sehr gut zusammen. Hm, wenn ich das mal hier so jetzt so sagen lasse... ...william-Riegel und MLG. German Suplex... ...von... ...William. Ja, da will er wieder wechseln. Nein, diesmal nicht. Du Pfeifen-Heini. Ach, da wird MLG auch noch in den Ring geschmissen. Äh... ...Grafik-Book. Bug-Book. Ja, William-Riegel verdreht. Nutzt die Gunst der Stunde. Submission hier von... Okay, wird schneller abgebrochen. Als in Liebes. Und was kommt jetzt? Der Ankle-Lock. Ist das eigentlich im Spiel jetzt eine Submission, oder... ...ist das ein ganz normaler Griff? Ganz normaler Griff, okay. Und das Cover hinterher. Das war's. MLG wurde von Scott aufgehalten und somit gewinnt. Wie Asus. Das Match. Und wie immer schenken wir uns die Highlights. Ah, kommt noch irgendwas? Ja, es passiert definitiv noch was, denn die Rückkampf-Taste... ...geht mal wieder nicht. Mal gucken, wer da jetzt auf wen einschlägt. Und weil die Herrschaften jubeln. Freuen sich. Oh, die beiden als Tag-Team-Champions war ja auch mal was. Ja, könnte die Szene eventuell jetzt mal... ...beginnen? ...hört auf, so viel rum zu jubeln. Geht doch. Oh, mit dem Stuhl. Ah, ich glaube, die Viere werden noch häufiger aneinander geraten. Warten wir's mal ab, wie sich diese Fede weiterentwickelt. Diesen Sonntag, Extreme Rules. Ah, es ist delight. Ah. 代g